relativ große fläche sehr viel angriff anscheinend macht dann das auch noch mal weg das sieht gut aus sieht gut aus so da ist noch in ordnung effektivität hier du mach mal hier unten haben sie auch schon ganz gut gewütet das könnt ihr dann bei zeiten auch mal weg holen hallo leute leute macht keinen scheiß macht keinen scheiß leute fuck fuck die heilten aber auch die haben genau dagegen dicke fette resistenzen oh ja läuft jetzt alle da rein haben wir alle acht arme drei davon 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 einen schnellen drill och man leute jetzt greifen sie da drümen ich dachte ich habe sie halbwegs im griff und jetzt kommen sie überall von allen seiten hier lass mich doch hier durch vor allem mit wie viel kommen die denn alle das gibt es doch nicht lasertürmer zähl 사진 Research Warum werdet ihr nicht gebaut? Strukturelemente Mann, mach das Autosaf da jetzt weg. Die sind da vorne schon wieder drin. Diese hier, weil das blaue Zeug fehlt. Wir sind am Arsch. Wo ist denn jetzt das blaue Zeug? Da ist es. Eisenplatten? Eisenplatten? Hallo? So. So. Geil. Geil. Ja, ich habe doch keine Töme. Ich habe auch keine Munition. Ja. So. So. Du musst jetzt hier wieder gedreht werden. Ich brauche hier definitiv Munition drin. Komme was wolle. So. Gib mir die Munition hier. So. Wo sind die Drecksviecher? 5 Pipes. Pipes, 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 Pipes. Wo sind die Dreckspipes? 2 30er Bänder Bitteschön 1 Untergrund Pipe Bitteschön 1 C Ich hab doch die schon, mach direkt da C Irgendein Arm So einer Oder so welche Ich hab keine Ahnung Wo sind die Arme So einer Aaaaaah Oder sowas hier Mach Mach Platz da Bau Roboter Her mit euch Tut was für euer Geld Raus mit euch So Seht zu dass er jetzt die ganzen Blinkenden Dinger hier weg macht Irgendwie Was soll Kammer Wir haben nur keiner Nur kein Material So wie weit braucht das noch bis sich das hier alles vernünftig staut Hier vorne So 149 noch Oh Oh jejejejejej So Noch 9,2 raus damit Die Fabrik sieht wieder halbwegs in Ordnung aus 6 von den drei Mauern Noch mehr Arme Seuche Eventuell solche Mauer 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 Wo Alter Also wir müssen Wir müssen uns ja irgendwas einfallen lassen Äh Die Gegner werden zu stark Viel zu stark Also wir müssen jetzt ganz dringend was machen Nur was Warum arbeitest du nicht Dir fehlen Pellets Die Beschränkung Die Beschränkung muss aus Ähm 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 Kisten Request Da Zack Zack Arme Du forderst an Jooki Zeug Ähm Pellets Du gibst Pellets Du gibst Pellets Du machst da Pellets Rein damit Da oben greifen sie schon wieder an Immer auf dem wunden Punkt da oben Ähm Macht mir blaue Pellets Warum gehst du jetzt trotzdem nicht weiter Maschinen Frames Du Das hast du Das hast du Das hast du Das 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 Gelbe Motoren fehlen Bieten wir die überhaupt an Ich glaube mal nicht Die gelbe Motoren waren ganz hier oben Und die gelbe Motoren waren ganz hier oben Die kommen hier raus Maximal ein Stack Strom Kriste So die gelben Motoren gehen Irgendwo ganz hier runter Da 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 Immer noch weiter Da lang Und dann hier rechts rüber Für die roten Motoren Und ihr hört jetzt bitte auf Zwei Stacks Müssen hier Vollkommen ausreichen Dankeschön Äh Die können abgeholt werden Das kann abgeholt werden Das kann abgeholt werden Braucht kein Mensch den ganzen Kram hier Das kann weg Das kann weg Boah die werden aber auch alle sofort abgeholt hier Was für eine aufregende Folgen hier Was ist jetzt eine Aufnahmesession Ich glaube ich bin jetzt in der dritten Folge Von der Aufnahmesession Boah Hier Ich habe noch Gelbe Fließbänder Kannst du auch haben Wahnsinn So wir waren jetzt gerade dabei Eigentlich wollte ich hier runter gehen Und wollte irgendwelche Modulkontakte Und da fehlt schon wieder Arme So Es sollten irgendwelche Modulkontakte brauchten die Modulkontakte 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 Und Modulkontakt So Du dahin Modulkontakte dahin Plastik und Aluminium. Plastik wird angeliefert, Aluminium nicht. Schrift rechts, schrift links, schrift rechts, schrift links, schrift links, schrift rechts, schrift links, rechts links, schrift links, schrift links, schrift links, schrift links, so, also, gucken wir mal was hier alles angefordert, bzw. was hier alles angeliefert wird. Da fehlt das andere Zeug, das ist Aluminium. Aluminium machen wir aber schon irgendwo, müssen wir nur in eine Kiste pöcken. Aluminium, ist das hier Aluminium? Ne, das ist Zinn, das ist Blei, Zinn, Zinn, Zinn. Eisenplatten, anderes komisches abgefahrenes Zeug. Machen wir überhaupt schon Aluminium? Können wir überhaupt schon Aluminium machen? Glas, Blei, Silber, Zinn, Aluminium? Achso, das war die Geschichte mit Carbon. Aber Carbon wird nur noch ungeliefert. Und dazu brauchten wir Aluminium. Wir sehen uns, wie nahe. Wo sind die ganzen Erze? Erze. Ah so, die konnte man hier gar nicht sehen. Da auch nicht. Ich brauche eine blaue Kiste. So, hier. Stein, Eisen. Pure Iron, Pure Copper. Poxid, Aluminium. Oha. Müsste Poxid sein, oder? Ja, wenn man jetzt noch irgendwas erkennen würde. Ich laufe meinen Süden runter. Tanks und Sync. Und hier. Alter, wie stark die Scheißviecher sind. Untertitelung des ZDF, 2020